Heute möchte ich mit dir über das Thema Selbstvertrauen im Projekt sprechen. Selbstvertrauen ist unglaublich wichtig und wenn die Geschichten über die Boston Consulting Group stimmen, wird dort sogar nach Background in den CVs gefiltert, der einen Indikator gibt, wie ist es denn mit dem Selbstvertrauen dieser Person bestellt. Also haben deren Eltern ein gut laufendes Business und die sind quasi in einer Unternehmerfamilie groß geworden und weil das Business noch läuft, haben die natürlich breite Schultern und denken, ja, ich kann das auch, also was ist das Projekt, her damit, wir wuppen das. Oder Personen, die einfach schon viel erlebt haben, auch viele verschiedene Stationen in ihrer Vita erlebt haben und dort auch immer wieder kleinere oder größere Erfolge eingefahren haben, die ihnen jetzt Selbstvertrauen geben, auch so einen anstrengenden Job wie als Berater wuppen zu können. Und selbst wenn an dieser Geschichte überhaupt nichts dran ist, stell dir mal die Frage, was ist dein Confidence Level? Was ist dein Level an Selbstvertrauen? Was ist dein Level an Zuversicht, dass das klappen wird, dein Projekt, in dem du gerade arbeitest, dass euch das als Team gelingen wird? Was dir helfen könnte? Du hast hoffentlich Zettel und Stift in der Hand, deine Gedanken in zwei Spalten einzutragen. Auf der einen Seite so die eher negativen Assoziationen, die Dinge, die du glaubst, die euch im Weg stehen oder wo du einfach Zweifel hast oder wo du mal noch Rückfragen stellen musst, weil da sind noch ein paar Dinge offen. Oder in Probleme, die du jetzt schon siehst und Risiken, die auf euch zukommen. Das ist die eine Spalte. Nimm das auf die linke Seite, die Negativ-Assoziationen, die so an deinem Confidence Level zerren. Und dann auf der anderen Seite die Frage, ist denn das alles attraktiv genug für dich? Also ist deine Zuversicht deswegen hoch oder niedrig, weil das Ziel für dich genau das richtige Anspruchslevel ist, weil da genau das rauskommt, was du auch dir versprichst, weil es einfach dich motiviert und anzieht, dort zu arbeiten, dich dort einzubringen, weil du dich dort genau richtig verortet fühlst, weil du glaubst, du bist die richtige Person für diesen Job. Oder ob dir dazu einfach was fehlt, Entscheidungsspielraum, Gestaltungsspielraum, die das Projekt für dich noch attraktiver machen würden, wenn es sie gäbe, wenn du sie hättest. Das Wichtige daran ist, warum ich möchte, dass du dazu reflektierst, dass sich beides negative Assoziationen und positive Assoziationen sehr leicht multiplizieren in Gesprächen mit anderen. Also ein schlechtes Bauchgefühl und Grummeln, wenn du es dann artikulierst, vielleicht auch bei wem anders ein schlechtes Bauchgefühl auslösen. Die Person hatte darüber vielleicht noch gar nicht nachgedacht, aber weil du eine starke Bezugsperson für sie bist, sich dann jetzt auch ein bisschen runtergezogen fühlt. Oder andersrum, wenn du halt sagst, hey, das ist total mein Ding, ich habe da schon super viel Background, wir machen das auch diesmal nach diesem Schema, das wird garantiert erfolgreich. Sich Leute, die vielleicht verunsichert sind und noch nicht so genau das Gespür hatten, haben wir ja das richtige Team, die richtige Mannschaft zusammen, sich dann positiv beeinflussen lassen und sagen, hey, ja, wie geil, das gibt mir ein gutes Gefühl, let's do it. und dann sehen, dass auch ihre Zuversicht hochgeht und du spürst, wie die Zuversicht im ganzen Team hochgeht. Und damit da keine versteckten Fallstricke lauern, reflektier mal über die Frage, was ist dein Confidence Level, was ist dein Level an Selbstvertrauen und Zuversicht?